so liebe leute wir sind schon unterwegs und ja das wird jetzt ein bisschen kompliziert x-sektor planet 5 und wir sind so ein bisschen auf uns allein gestellt denn hallo immer der kommt nämlich nicht mit der will mich nicht weiß was weil du etwas nicht weißt was weiß ich denn nicht dass das kein level 5 planet ist wieso was ein aßen der witz im planet na ja also es ist der höchste glaube ich was geht sogar aktuell aktuell und der immer wird nämlich weiter an unserem häuschen bauen ich habe ein bisschen angst aber wir haben die fans torrents dabei fünf stück ich würde sagen hier we go vorher noch eine umfrage mit deinen user machen können wieso oft gehen dann user davon aus dass du sterben wirst okay wir suchen den neuen rohstoff einfach nur und das scheint jetzt hätte ich hier schon gefunden das kann nicht sein unglücklich doch doch du kannst nicht so viel glück besitzen gerade ne stimmt es ist uranium ja das richtig das ist nur wasser ok da was für ein diamanten vorkommen also ich glaube du änderst deine meinung jetzt mit astroiden oder weil ich schätze mal ich schätze mal dass in diesem sektor der astroiden noch heftiger ist bestimmt alter das natürlich mit ne also unser bohrer schneller ist deutlich schneller was nummer er doch viel viel schneller und da man den so gut mit kopfware bringen kann also auch mit jetzt so schön kaputt machen was wird so kaputt machen also ja das jetzt schon kaputt machen ja dann ich würde sagen wir fahren uns hier einfach mal durch ich glaube das ist fünf mal aus von kaputt machen doch schon von wirst du sterben also in der von 20 minuten das reicht nicht rubin oder was kann ich denn mit rubinen machen was konnten wir vorher mit rubinen machen und werkzeug bauen oder cool jetzt ne ja das werkzeug waffen ja so tja jetzt habe ich uranium aber irgendwie nicht das was ich haben wollte eigentlich hatten wir das nicht dass wir gehen auf einen planeten wollen irgendwas und kriegen genau das gegenteil okay das war es erstmal ich habe nur berührt ich konnte noch gar nicht zu schlagen das hätte ja auch nichts gebracht weint sie nicht level 10 planet die packst du nicht so einfach einfach straight in untergrund muddeln und gucken was da los ist aber nicht schon wieder das war überhaupt nicht getroffen okay meine waffe machte mal ich mache null schaden da stand 266 aber das war nicht nur ein balken okay worauf haben wir uns da gerade eingelassen ich meine gut dass wir die pixel dann noch mal komprimiert haben das war mir falsch ja ich schlafe oben okay ja robert wird mir ich würde sagen abwärts und wir gehen das problem von einer anderen seite an warte ich von unten gut wie möglich versteckt ja 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 genau so das ist der plan die alten retten kann ich schrocken oder kannst du die axt werden wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen die axt möchte ich aber gerne das inventar haben so das nehme ich gerne mit na komm vielleicht sollte ich hier das ein bisschen zu machen fackeln hätte ich mir auch bauen sollen ich glaube ich kann mir gar keine fackeln bauen weil ich keine kohle habe verdammt kann ich uranium fackeln bauen da fällt mir jetzt gerade was sein was denn kohle 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 naja ist richtig der kron kann damit ein ziemlich auf den sack gehen ja wieder von ohrwurm ja das passiert manchmal ne oh ja also ich muss irgendwie noch kohle finden ansonsten kann ich den kohle song nicht singen ne der hat ihn ja gesungen weil er ja kaum was gefunden hat ja uranium das ist warum finde ich denn jetzt uranium das will ich doch gar nicht er hätte sich auch noch letztens folgen uranium haben jetzt will das nicht mehr ja ich möchte alter was denn das was denn das was denn das was denn das solarium solarium komisches erz solarium cool oh ist das kohle ist das kohle kohle cool pass auf ist das kein holz mit doch habe ich zeit das ist nur dort okay da 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 nann 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 so das machen wir jetzt auf jeden Fall wieder zu Oh, da ist noch ein anderes Erz, ein rosanes. Alter. Also das ist krass, wie viel Erz hier ist, ey. Plutonium. Kennst du das irgendwoher? Das kenne ich nur, das kenne ich, wenn mir das einer in die Hand schmeißt. Ich habe es nur hingeschmissen. Ich kann nichts dafür, wenn du so doof bist und es aufhebst. Ja, es ist mir so weit vor die Füße geschmissen, dass ich gar keine Wahl hatte. Eigentlich noch daneben stehen müssen und schreien müssen. Leiden sollst du. Leiden. Na ja, ist richtig. Was meinst du, wie oft ich mich verarscht gefühlt habe wegen dir? Ich hänge und will ans Haupt der Nähe und es geht nicht und geht nicht. Dafür kann ich nichts. Aha. Ich komme jetzt gar nicht auf den Server. Okay. Du warst es aber vorher schuld. Ja, das war vorher. Spawn? Was? War wegen deiner Spawn-Geschichte. Achso. Ja, das. Das ist eine andere Geschichte. Die Rubine nehme ich alle schön mit. Wenn du dann so ohne bist, ist das natürlich echt scheiße, wenn ich dir dann sage, es funktioniert nicht und du gehst jedes Mal um, es funktioniert. Ja, 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 ja. So, das nehmen wir auch mit, logischerweise. Bald können wir Diamanten ohne Ende einfach nur raffinieren. Zum Pixel. Ja, cool. Ich glaube, in Minecraft hatten wir auch mal anfangs ein, jemanden, Problem. Ja, anfangs. Ähm, tada, tada. Hier, hier ist so viel Uranium. Ja, mitnehmen. Alles Rohstoff. Aber ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich haben wollte. Diesen neuen Rohstoff. Pass Uranium, das hatten wir vorher nicht. Ist das nicht neu? Nee, das ist dieses Aerosalz oder wie es heißt. Ossalt. Das hätte ich ja gerne. Rubine hatten wir vorher auch nicht. Hier sind auch Diamanten. Hatatatatatatat. Äh, hm. Wow. War gut, dass ich da eine Facke gerade gesetzt habe. Hm, 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 hm. Hm, Diamanten-Farm. Geil, was du hast. Der Planet ist voll chillig. Ist ein Level 10 Planet. Mal sehen, wie lange er chillig bleibt. Ja. Hoffe für dich lange. Solarium. Was kann ich mit Solarium machen, ey? Das ist bestimmt ein Erz, was wir erst später brauchen können, ne? Stimmt, weil wir hätten eigentlich erst Level 4, bevor wir Level 10. Ja. Da, 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 da. Das wird die Diamanten-Folge, ganz klar. Alter. Alter. Ich habe mittlerweile 61 Diamants-Erz. Und so lange bin ich noch gar nicht hier, ne? Nö. Fände ich geil. Macht Spaß. Kupfer nehme ich auf jeden Fall auch mit. Wegen Reparatur. Ah, das ist Silber. Silber kann man auch ganz gut reparieren. Damit. Ja, aber dann machen wir Pixel die ganze Zeit schon. Was? Damit machen wir auch die ganze Zeit Pixel mit Silber. Ja, genau. So, wo gehe ich jetzt lang? Hier vielleicht noch ein bisschen. Was haben wir hier noch? Plantium. So. Da ist schon wieder. Alter. Also Ressourcen hast du hier wirklich viel. Ist krank. Ist voll krank. Alter. Da, da, da. Diamanten. Nichts Neues. Ganz ehrlich, bei Minecraft hast du nicht so viele Diamanten. In der Erde. Wohlgemerkt. Also doch hatte ich. Nein. Doch. Nein, nicht, nicht was das hier. Das ist nicht vergleichbar. Doch, du konntest nur nicht wirklich die Diamanten abbauen. Weil die Welt schon sich so aufgelöst hat. Achso. Diese Welt. Ja. Junge, Junge, Junge. Das ist echt die Diamantenfolge schlechthin. Finde ich geil. Ja, das ist gut. Was können wir mit so vielen Diamanten machen? Affinieren. Ich suche eigentlich ein leuchtend grünes Erz. Was nicht, äh, Uranium ist. Finden tue ich aber nur Rubine und Uranium. und Solarium. Und Solarium. Was war das denn? Ach, ich erinnere mich. Kann man Plutonium auch benutzen? Zum Treibstoff? Das weiß ich nicht. Eigentlich ja schon, ne? Plutonium, Uranium. Alter, was für Felder. Ich glaube, du musst mir mal einen größeren Rucksack craften. Ich glaube, das gibt es. Irgendwas habe ich da gelesen. Lalalalalala. Erze, 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 Erze. Aber keine Kohle. Dass man auch sein Inventar vergrößern kann. Du hast dich selber informiert. Ja, so ein bisschen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Oh, da gibt es wieder schöne Ressourcen. Alter, geil. Ja, äh, oder man muss aus Solarium und aus Uranium dieses andere Zeug machen. dieses Aero-Sold oder wie es auch immer heißt. Ah, tada. Ich glaube, ich muss aber gleich ein bisschen Dirt wegkloppen. Aus meiner Inventarsliste. Was denn? Ich habe das Stockwerk fertig, aber ich kann da nicht setzen. Weil? Ah, ja. Weil ich da noch keinen Ackerboden draus gemacht habe. Nachtschluss wäre zu tief jetzt für Pflanzen. Okay. Ja, okay, geht's. Geil. Sehr, sehr geil. Und wieder Diamonds gefunden. Und so. Noch mehr. Da ist auch noch was. Plantium. Jawohl. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Schöne Sache, ey. So macht Erzefarben Spaß. Alter, das glaubt mir keiner. Gut, dass ich das aufnehme. Ich wollte gerade sagen. Ja, sie sind wirklich immer so, so, ich sag mal, neun bis zwölf Blöcke. Erzemäßig. Aber ich finde jetzt aktuell gar kein Uranium mehr. Erst willst du kein Uranium. Jetzt findest du keins und wunderst dich. Ne, ich, was heißt nicht wollen? Ich wollte eigentlich das andere. Er, äh, alter. Krass. Was denn? Oh, ähm, Erze, ne? Erze, okay. Erze ohne Ende hier, ey. In rosa gehalten. Ich mag die rosanen Erze. Das sind coole Erze. Ich möchte definitiv ne Portegan. Der Koch hängt an der falschen Stelle. Ach, die Portegan, die gute. Der, 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 der immer, der hat viel Spaß. Warum? am scherze machen weiß gar nicht du weißt gar nicht wie gerne ich an meinen turbinenraum weitergebot hätte oder twilight forest da mal reingehen wo hast du denn hin gebaut den turbinenraum da weißt du noch wo meine monsterfalle war da hat es ein knall gegeben letztens quatsch ist kein witz geht auf gucken kann ich ja nicht das stimmt ja also warum sollte es da geknallt haben weiß ich anscheinend reagiert ente auf redstone signal da muss ich ja nicht und dann dann musst du dich ja gar nicht wundern war das nicht nein war vorher schon da 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 diamonds ich gibts zu ich war's ich wollte einfach nur wenn du wieder ein kraft online kommst siehst dass alles kaputt ist und du wenigstens was zu tun hast verstehe so ab noch weiter in den untergrund das müsse kohle sein kohle 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 ich finde hier also wirklich viele ressourcen aber kohle ist wirklich wenig da die drei regeln mitzunehmen hauptsächlich so und jetzt haben wir росp calves mh wovon wir nicht mehr so viel hohen ja wenn ein paar reisen machen müssen vorher Ja, ich meine nicht so wie Kohle, ne? Weil das hat einen anderen Brennwert. Naja, irgendwie 1000, ne? Oder 100 gleich? 10. 10? 10. Ja, Kohle hat 10. Nein, die hat 2. Echt? Ja. Okay. Kann auch sein, dass sie 4 hat. Vielleicht geht ihr auch Plutonium. Äh, probier das in deinem Schiff aus. Oh, hier ist Wasser. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, falls da ja das Schiff dann hochgehen sollte, sollte es nicht der sein mit den ganzen Ressourcen. Meinst du die Schiffe explodieren? Hast du das schon mal gesehen? Nein, aber du kriegst das bestimmt. Das wäre ein Highlight. Also dann sage ich definitiv zu dir, du kannst dich auf den Arsch lecken. Ich helfe dir jetzt nicht nochmal alles auszuholen. Kannst du dann vergessen, das darfst du selber machen. Ach, was bist denn jetzt wieder so? Ja, irgendwie, äh, hier gibt es auch keine Höhlen, habe ich das Gefühl. Also, nix zur Show. Hat der Jay nichts zu meckern? Hat der keinen Spaß an dem Spiel? Definitiv nicht. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Das könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Ähm, bei unserem Plutonium-Drill sieht man jetzt ja, ist er schon fast am Ende. So ins Inventar legen und dann nehmen wir, wo ist Silber? Silber, rechtsklick, 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 noch einer. Dreimal. Schuppdiwupp. Keine Anzeige mehr da. So, und das wäre voll. Wunderbärchen, würde ich sagen. Und mit diesem tollen Trick, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Und sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben und morgen wieder einschalten. Bis dahin. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss.